Musik 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 Und es ist die Start Nummer 2 Es ist Jörg Kärbel Hier kommt in vorne Dahinter Der Kettnerin Stefan Katt Und Bernd Kime also Das deutsche Trio in vorn Jörg Kärbel auf vorne Musik 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 und etwas zurückgefallen, Misha, den Kassi. Oh, das wird gegen die Nummer da. Stefan Kant und Berndina. Berndina versucht bis außen. Stefan Kant in. Oh, da sind sie gleich aus. Ja, Berndina vorbei. Berndina, Zappo und Stefan Kant. Da war mal Gonda. Vorne hat Dirk Nebel. Berndina, Stefan Kant. Da hat Berndina den Kämpfer. Und ist an Stefan Kant vorbeigezogen. In 4. Kassi. Berndina an 2. Position. Stefan Kant an 3. Position. Dann haben wir Miner Start Nr. 3. Glenn Phyllis. Und dann kommt auch noch Richard de Biasi durchs Ziel an 5. Position.